Es ist mehr wie nur ein Elektro-Velo und gleich kein Auto. Die E-Bikes von CarVelo2Go sind ideal für den Stadtverkehr, sie haben einen starken Antrieb und sind in verschiedenen Ausführungen geeignet für den Lastentransport. CarVelo2Go ist eine Plattform für E-Cargo-Bikes, also für E-Lastenräder, wo man verschiedene Sachen transportieren kann oder auch mit den Familienausflüge machen zum Beispiel. Das ist eine nationale Plattform der Mobilitätsakademie in Bern, die schon in verschiedenen Städten das lanciert hat und seit letztem Sommer gibt es es auch in der Stadt St. Gallen. Also wir denken, dass es Lasten, Velos und elektrisch unterstützt, ja sehr geeignet ist in St. Gallen und man auch ab und zu ein wenig Höhemeter überwinden muss. Es ist auch ideal geeignet für kurze Wege in der Stadt, also wenn man eben einkaufen gehen oder Kinder in Kinski bringt, was auch immer, also dass man eben auch für viele Fahrt, die man jetzt mit dem Auto macht, mit dem E-Cargo-Bike erledigen kann. Bis jetzt gibt es CarVelo2Go an sieben Standorte verteilt aufs ganze Stadtgebiet. Die Miete von einem Lasten-E-Bike ist schnell und unkompliziert. Man muss sich registrieren auf der Plattform unter www.carvelo2go gratis und dann kann man es buchen, stundenweise. Es kostet 5 Franken plus jede Stunde 2 Franken und gibt auch die Möglichkeit, um ein Jahresabot zu lösen, wo man dann ein wenig günstiger kommt. Die Transportlast ist bei einem Velos beschränkt. Bei einem grösseren Einkauf kann man nicht aufs Auto verzichten. Das Angebot hat aber eigentlich schon viele Stammkunden angezogen. CarVelo2Go ist für mich das beste Fortbewegungsmittel in dem nahen Kilometer-Umkreis, den ich poste. Also wenn man merkt, kann ich 5 Einkaufstasten in das Velolad und locker nach Hause fahren. Mit dem Auto hier unten finde ich nicht mal Parkplatz. Der Lastenkorb, fast bis zu 150 Kilo, ist aber nicht bei jedem Velo gleich. Je nachdem das Sportgut eignet sich das einte E-Bike besser als das anders. Der Elektromotor ist stark genug für Hügelungsgelände und hebt auch über längere Stricken. Das meiste oder das weiteste, was ich schon gemacht habe, ist wirklich eine ganze Grillparty eingepackt aufs Velos und bin von da St. Gallen auf Arbon runtergefahren. Das sind doch 300 Höhenmeter, 15 Kilometer Distanz. Also ich bin locker dort runtergekommen und auch wieder zu Hause. Für das geht es sehr gut. Als ich die Grenzen sehe, ist dieses Velos ein bisschen Stromlinienförmig. Es passt. Lockere Einkaufstasten gehen perfekt rein, aber wenn man so einen eckigen Karton und ich sage jetzt mal 10 Wein essen hat, wo es von der Last her tatsächlich ergängt, dann muss man dann ein bisschen beigen, dass die rein gehen. Gewöhnungsbedürftig ist im ersten Moment zu fahren. Weil die Lenkung nicht wie bei einem normalen Velos direkt mit dem Vorderrad verbunden ist, braucht es eine gewisse Reaktionszeit und ein Umdenken. Dazu ist das Cargo E-Bike auch kein Flügegewicht. Mit ein bisschen Übung und Respekt vor dem Fahrzeug hat man das Lasten-Velo aber schnell im Griff. Man muss ein bisschen aufpassen. Man hat einen längeren Bremsweg. Vom Gleichgewicht her ist es ein bisschen anspruchsvoller. Es hat einen längeren Radstand als ein Velos. Man muss auch aufpassen, dass einem die anderen Verkehrsteilnehmer richtig wahrnehmen. Die haben immer noch das Gefühl, es geht um ein Velos. Man ist doch ein langes Gefährt. Man hat manchmal Mühe, die Spur zu halten. Es sind alles so Sachen, da muss man aufpassen. Wenn es sich anbietet, will die Stadt St. Gallen noch weitere Mietstationen dazunehmen. Für die Geschäfte ist das eine zusätzliche Dienstleistung am Kunden. Ich fand, das wäre eine Möglichkeit innerhalb von Monaten. Wir haben hier auch diverse Familien, die vielleicht auch keine Mobilität haben, sprich Auto. Und für das ist es genau eine richtige Sache. Man kann mit dem einkaufen gehen, schwere Transporte machen und uns das Velos zurückbringen. Wenn es um die Verminderung des CO2-Ausstosses geht, um die Lösung der Verkehrsprobleme der Zukunft, um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, dann sind neue Ideen gefordert. Ein Miet-Service für ein Elektrolasten-Velo in der Innenstadt ist sicher einmal ein interessanter Ansatz. 2 1 2 3 Vielen Dank.